Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zum zwölften österreichischen Ratgipfel begrüßen und willkommen heißen. Ich freue mich besonders, dass der Ratgipfel jetzt zum zweiten Mal in Folge auf einem internationalen Touch hat. Vielen Dank für mich auf der Ratgipfel in Graat, unsere sister city. Ich bin von Groningen und ich liebe es hier wirklich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die ganze Region sollte ein ideales Radverkehrsnetz haben. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.